hallo und herzlich willkommen zurück meine lieben freunde der hämmer einen tasten hier bei fallout 4 ja wir befinden uns hier immer noch in dem museum wo wir ein paar raider halunken getötet haben die irgendwelche armen menschen wir gehen jetzt mal davon aus armen menschen wie den da hinten angegriffen haben wir wissen noch nicht um wen es sich dabei handelt ich würde sagen wir gehen jetzt einfach mal hin und schauen uns das mal an wem wir jetzt hier gerettet haben so irgendetwas ich weiß nicht wer du bist aber dein timing ist perfekt rösten garvey von den minute man das ist es nicht minute man auf der durchreise du schuldest mir was helfe gern minute man minute man reise ich jetzt etwa zurück in der zeit die menschen innerhalb einer minute zu beschützen das war die idee also habe ich mich ihnen angeschlossen um was zu bewegen aber alles viel auseinander jetzt bin ich anscheinend der letzte noch lebende minute man er hat da ein bisschen was ausgelassen merke ich gerade wer sind diese leute die welt hat sich verändert meine eigenen probleme erzähl weiter bitte erzähl weiter vor einem monat waren wir 20 gestern 8 heute sind wir 5 zuerst die ghule in lexington und jetzt diese scheiße klingt hart tut mir leid klingt hart gott dank verdammt es ist schön jemanden zu treffen dem es nicht gleichgültig ist wir dachten concord wäre ein sicherer ort die raider sind der gegenbeweis aber wir haben eine idee sag es mir dann lass mal hören sag sie im dach ist ein abgestürzter vertibird alt vorkriegszeit hast du vielleicht schon gesehen sieht aus als hätte einer der passagiere was richtig tolles zurückgelassen eine komplette unbenutzte t45 power rüstung fürs militär power rüstung was macht diese power rüstung so besonders ein internes servosystem von westek in dem schätzchen ist super das neue normal du bist stärker zehr immun gegen strahlung und mit dem anzug kannst du die minigun direkt vom vertibird reißen dann bekommen die raider eine expressfahrkarte in die hölle was meinst du irgendwie sind die hier alle schon ein bisschen zu lang unterwegs so abgepackt wie die hier reden minigun das ist selbstmord gute idee könnte funktionieren könnte funktionieren es wird funktionieren wenn wir den anzug reaktivieren können der hat keinen saft wahrscheinlich schon seit 100 jahren er kann mit energie versorgt werden aber wir stecken fest lösung also wie sieht die lösung aus du brauchst einen alten vorkriegs fk einen standard fusionskern eine hochwertige langlebige atombatterie wurde damals vom militär und einigen firmen verwendet und wir wissen wo man nicht in das ding ran es ist im keller weggesperrt hinter einem sicherheitstor also ich reparier sachen bastel rum das umgehen von sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein metier du könntest es probieren habe ich schon ich habe mir den fusionskern schon geholt kann losgehen na dann okay vielleicht ist uns fortuna doch mal heute steckt den kern in die power rüstung und schnappte die minigun dann sehen die raider dass sie sich mit den falschen angelegt haben viel glück ihr seid alle sehr merkwürdig so ok gut wen hat dark meat uns denn da gebracht dark meat er hat mich her geführt er ist ein guter hund er ist also dein hund er ist nicht mein hund nein dark meat ist absolut eigenständig einen solch freien geist kann man nicht besitzen er sucht sich seine freunde aus und bleibt bei ihnen so wie bei dir ich habe es gesehen gesehen du hast es gesehen das sind die camps kind sie verleihen der alten mama wie das dritte auge schon seit ich denken kann das dritte auge was ist das dritte auge ich kann ein bisschen von dem sehen was war und sein sie kann auch reden ohne den mann an dem was gerade ist jetzt gerade sehe ich dass etwas kommt angezogen von dem lärm und dem chaos und was gibt's was ist es mama murphy ich muss noch mehr wissen bitte ich sehe ich sehe mehr das ist so schrecklich kind klauen und zähne und hörner das angesicht des todes mehr schaffe ich nicht das ist alles jetzt brauche ich ruhe und du hast einen auftrag zu erledigen ja wenn du all deine kraft darin investiert bauch zu reden also bitte bewegt doch wenigstens mal ein bisschen den mund ehrlich das ist ein bisschen naja was soll man dazu sagen versprochen dass wir schafften ich nehme mal hier diesen wackelpuppe ok verdammt noch mal ja das ist schön so alles klar hey ihr habt euch wenigstens noch seid froh darüber so man start an hier geht es weiter die alte frau hat etwas gesehen mit klauen naja mit hörnen wenn ich es nicht besser wüsste ja wissen wir glaube ich was sie gesehen hat aber wir lassen uns erstmal überraschen ich hoffe jedenfalls ist es nicht das was ich denke dass es das ist vielen siedlungen bieten ärzte ihre dienste an sie können alle wunden einschließlich verkrüppelter körperteile und strahlungsschäden heilen sowie chemie oder alkoholabhängigkeit schämen oder alkoholabhängigkeit satz gewechselt drücke die schlagt hast du um mit deiner fernen kampfwaffe ein nahkampf einfach auszuführen das ist es wohl wie ist das das versöhnliches lock staff sergeant michael daly united states army am samstag den 23 oktober ist unser vertibird auf dem weg nach west stockbridge auf das dach dieses museums gestürzt die ursache ein elektromagnetischer puls als folge einer atomaren explosion mehrere explosionen um genau zu sein anhand am nächsten tag wurden flority und kate da ein paar verängstigten verzweifelten überlebenden erschossen das erinnert mich ein bisschen an iron man ja da steht jetzt doch mit unser rechter arm und unser linkes bein sind schon ziemlich kaputt mini gar nicht durch oder was das hat er jetzt schon gemacht das wird glaube ich vielleicht besser wenn wir runter gehen ja wir gehen runter er kann erstmal ein bisschen schießen du warte mal hier ich glaube aus der entfernung mit der mini gun die hat ordentlich durchschlagskraft aber ich glaube genauigkeit ist da nicht so die ist nicht so hoch und eben hier irgendwie munition verschwenden immer lieber uns das mal aus der nähe angucken nee das traue ich mich jetzt nicht okay das hier traue ich mich so und hoppala jetzt stellst du das ganze haus ein komm auf öffnen wir dürfen dann aber nicht unser watsch vergessen komm wir wollen uns um die radar kommen komm schon lass uns nicht zu lang komm jetzt hier schon was in der nähe dann gehen wir doch mal zu denen hin hi der lebt ja immer noch geht doch haben wir noch mehr ja wo denn ach da das zwei sogar auch bist du süß was war das was kommt da raus totes nein das ist wirklich eine todeskralle ich glaube ich krieg die krise das ist was ja das wird das davor wollte uns mama murphy sicherlich warnen ja kümmer oh falscher knopf hi nee äh wie na mensch so kümmert dich erstmal darauf ziehen wir hi hi hey komm her wow wo ist das die pfoten weg deine gesundheit ist niedrig benutzte stim pack ist etwas oder trinkt wasser ein moment da haben wir doch im inventar haben wir doch da was äh wo sind wir uns aus dem wegs da so wo ist jetzt unsere da links ok schieß schieß die schieß schieß loft den ist noch ein raider jetzt sich nicht erstmal um den kümmern nicht um uns fuck wir müssen nachladen fuck 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 nein 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 wir haben das viel doch gleich komm schon steh auf schieß 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 komm 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 oh wir haben es geschafft um himmels willen tut es gerade im fleisch und der zuckt noch ein bisschen ich glaube das sind die ganzen kugeln die wir dem ins fleisch gehauen haben die da immer noch party feiern da drinnen dein ernst dein scheiß ernst wir haben hier gerade eine todeskrale getötet da denkt ihr echt wird noch probleme mit euch aus dem raider kronkore schrotpatrone molotov cocktail soviel konnten wir glaube ich gar nicht mehr mit uns tragen heiliger misst na du hey so ein vieh möchtest du einfach nicht in der freien bildbahn ohne diese rüstung begegnen und ohne so eine minigun die vieh hat man einfach gehen was war das hier kommt jetzt aber nicht noch so ein zweites vieh oder so wir hatten doch jetzt hier noch ein paar leute getötet hier kronkorgen patronen diese todeskrallen haben es echt in sich schön das ist erst mal so von hier kam es ne von hier sicherlich nicht aus dieser tür bürger zugang das machen wir gleich das merken wir uns jetzt mal von hier kam es doch oder aber wird ja sicherlich nicht aus dem bürgergebäude gekommen sein na egal auch wenn wir uns unsere rüstung mal angucken da ist glaube ich alles im arsch ja und öffnen das war wirklich erstaunlich ich bin froh dass du auf unserer seite bist alles ok ich bin auf meiner seite wir sind keine freunde beruht beruht auf gegenseitigkeit werdet ihr jetzt klarkommen ja für eine weile zumindest können wir jetzt einen ort suchen der sich also als wir uns trafen hast du etwas über die minute man gefragt eine sache solltest du über uns wissen wir helfen unseren freunden hier für alles was du getan hast danke warum kann der sich nicht mal aussprechen warum muss der was ist da falsch was passiert jetzt mama murphy hat schon lange eine vision von einem ort namens sanctuary irgendein altes viertel aber eins das wir wieder aufbauen können komm doch mit ich könnte deine hilfe brauchen ähm vielleicht ich überlegs mir bevor du gehst kind noch eine sache über deine reise die du beginnst denn ich habe dein schicksal gesehen und ich kenne deinen schmerz schicksal mein schicksal was meinst du damit du bist ein mann ohne zeit ohne hoffnung aber nicht alles ist verloren ich kann die energie deines sohnes spüren er lebt das ist mal was schönes ich bin ganz also kind ich weiß wie das klingt das dritte auge ist seltsam und es sieht nicht immer klar aber dein sohn ist da draußen und ich brauche nicht mal das dritte auge um dir zu sagen wo du suchen sollst das große grüne juwel das commonwealth diamond city die größte siedlung in der gegend ok diamond city was ist denn diamond city ist john dort also kind ich bin müde schon wieder wenn du mir später ein paar camps bringst wird das dritte auge vielleicht klarer sehen nein mama murphy wir haben doch darüber gesprochen dieser mist bringt dich noch um sei still preston irgendwann sterben wir alle wir brauchen das dritte auge und unser neuer freund hier wird es auch brauchen also legen wir los sanctuary wartet also leute dank unserer neuen bekanntschaft hier ist es sicher raus zu gehen wir machen uns auf zu dem ort von dem mama murphy erzählt hat sanctuary es ist nicht weit sie hat davon erzielt du meint sie hatte eine ihrer Bisschen also zu kalt zu kippen waren jetzt sollen wir uns hier auf so einen sinnlos unterkommen einmassen weil mama murphy erohne keine besteuerung wir entspannen euch alle machen wir stecken da alle gemeinsam drin oder also ma hast du eine bessere idee was wir jetzt tun sollen hier man da wartet ein netter roboter also das ist eine gute adresse da können wir hingehen wir sollen ihn ja dann wir sollen ihn ja dann wieder ansprechen in sanctuary naja sollen sie jetzt erstmal vorgehen wir müssen jetzt eh erstmal dogmeet kaufen holen und dann will ich in dieses bürgerzentrum mal rein mal gucken was die todeskarte da angerichtet hat ne keine ahnung jetzt lade ich anstatt die tür zu gehen lade ich nach aber was die mama murphy da sie wusste von unserem sohn ohne dass wir was gesagt haben wo bist du hi hey komm schon komm schon komm schon komm on können wir die jetzt von hier oben sehen ich hör so necke was haben wir denn hier noch klebeband das kann man alles noch gebrauchen wenn wir wieder mal eine waffe aufwerten wollen oder etwas anderes mal schauen wir haben jetzt hier auch diese schöne power rüstung mal gucken wie lange die hält aber wenn ich mir den statues da längst angucke hält die nicht mehr lange boah das war jetzt nicht der plan komm wir machen noch das letzte bein kaputt power rüstungsstation operiert oder über den pipboy ersetzt werden wie kann ich die denn über den pipboy ersetzen kaputte gegenstände können erst nach ihrer reparatur wieder ausgerüstet werden ok also wir haben den torsos linke bein und den helm also der war aber schnell so kann ich jetzt auch aus dieser power rüstung raus also wenn wir jetzt nur irgendwie drei teile davon haben das ist ja jetzt nicht wirklich so viel schutz aber wir können die minigun halt tragen die ist halt geil ach wir schleppen das dinge zu lange noch mit uns mit wie es geht bom 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 wo ist er denn da er rennt schon wieder vor die haben es auch eilig die haben sich wohl verlaufen was jetzt der fusionskern deine power rüstung ist fast leer ja ah ok bewegst du dich langsamer und kannst weder starke angriffe noch das vats benutzen ach wir wir gucken jetzt hier unten rein so jetzt bin ich gespannt ich hoffe wir finden jetzt hier kein nest von todeskrallen nee wo sollen die hier durch passen hallo was sind das was sind das wir sind entdeckt wir sind entdeckt ok aber das ist tot was haben wir jetzt hier gab es jetzt hier noch was für uns transfer transfer ne 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 ok ist alles leer was ist denn jetzt kaputt ach diese mauer flieger schon wieder wo ist jetzt wo ist jetzt da unten ah im vorgänger waren die nicht so nervig und so aufdringlich da sind ja auch nicht unten irgendwo sind ja auch nicht durch den boden gekrochen wenn ich mich recht entsinne mal gucken ob wir die hinbekommen wir haben ne mini gun doch wir können hält einiges aus was ist das denn also ich glaube wenn wir aus dieser power ist und raus schlüpfen dann haben wir nicht mehr so gute chancen gegen diese viecher es ist jetzt nur so eine vermutung wo ist ein duck meat kommt der nicht mit hä wo ist denn der aber der wird schon wieder irgendwann auftauchen nehme ich mal einen stark an ok gucken wir uns erstmal hier weiter um aber na hier geht es weiter aber nicht wirklich weit aber was sind wir heute ah sehr schön mit leuchtvisier schon eine impropistole totes krallenhaut ok wenn es das hier gibt was haben wir hier entdeckt frage ich mich was haben wir hier noch die patronen sind immer gut klebeband schere ok Improgewehr wir haben hier Hundefutter in der Dose russische Eier Dose Blechdose wir bräuchten dann nur mal was haben wir da oben wir bräuchten dann nur mal eine werkbank hier ist jemand gestorben trinkst du wasser stellt das gesundheit wieder her nicht gereinigt das wasser verursacht allerdings auch strahlungsschaden kann ich das zerstören nö ne das ist nicht möglich so wie wir da unten sehen ist unsere Anzeige auch bald im Arsch also werden wir den Anzug jetzt nicht mehr lange nutzen können aber ich glaube wir können dann hier dann doch bald raus Na schafften sie raus wer weiß wo wir jetzt raus kommen naja war ein kurzer Ausflug aber hey wir haben ein paar Patronen gefunden ein bisschen Munition ganz viel zum rumwerkeln auch noch schadet nicht dann sollten wir vielleicht erstmal kurz zurück zur Tankstelle weil da haben wir ja die ganzen Werkbänke und mal gucken was wir machen können und danach einfach noch Sanctuary zurück mittlerweile sollten die da angekommen sein so in welcher Gasse sind wir denn jetzt hier aufgetaucht bitteschön jetzt nehmen wir mal alles mit jetzt sind wir hier auch interessant na gut so soll es halt sein oh das sieht gut aus Stimpack und right away sehr schön es lohnt sich halt wirklich echt über hin zu gucken aber jetzt möchte ich solange hier dieser Fusionskern auch durch hält dann doch mal jetzt zurück zur Tankstelle gegebenenfalls können wir den da ja auch wohl so ein Schrottding naja was man hat hat man ne da sagt man dann auch nicht nein dazu ja was denn du verwirrst mich manchmal du bist mir so hektisch wow warum lebt denn da viel wir haben dich doch getötet jetzt stirb so war da noch ein zweites nö komm unser Benzin ist gleich alle ha wir haben es zur Tankstelle geschafft man sieht es langsam wie es runter geht so weh hier tauchen jetzt nochmal die Mauroviecher auf darauf habe ich ja jetzt nur keinen Bock ach hier liegen sie noch alle tot versammelt das ist schön so hier macht das ich brauche aber die Waffenwerkbank hä wieso kann ich die jetzt nicht herstellen das war ich in dem Anzug bin oder was hier könnte ich war ja nicht noch ne was haben wir noch hier aha 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 das hat mir ja schon alles ab war ja nicht noch ne Werkbank okay dann habe ich mich da wo geirrt so kann ich jetzt bitte aus diesem Anzug irgendwie raus im Moment wenn ich den jetzt ablege ich habe ihn immer noch an was war es noch das Bein der Helm Ablegen untersuchen wie viel tragen wir denn mit uns halt durch den Anzug können wir halt mehr mit uns tragen das ist doch hier kann ich hier ne Power Rüstung ab Power Rüstung Transfer das nehmen wir alles mit das sieht schön aus und jetzt können wir doch hier ähm wollen wir es denn jetzt Helm linkes Bein Torso ha also ich glaube ich stelle mich hier einfach gerade ein bisschen zu blöd an keine Energie halten zum verlassen x dann raus jetzt hier du kannst deine Rüstung hier nicht verlassen kann ich sie hier verlassen hätte ich das jederzeit mit x gedrückt halten und verlassen können das frage ich mich jetzt gerade na gut okay so jetzt sind wir viel zu schwer ja und ich würde sagen was wir an der Waffenwerkbank machen können und was wir sonst noch so machen können würde ich sagen gucken wir uns in der nächsten Folge an wir haben jetzt einiges erlebt wir haben noch ein paar Raider getötet und eine Todeskralle die Todeskralle war nicht ohne aber mit diesem schmucken Anzug was jetzt eigentlich auch nur noch ein großer Schrotthaufen ist na egal äh haben wir es hinbekommen wir haben Doc Meets Namen kennengelernt der guckt gerade die Wand an ähm während ich die Folge beende werde ich äh ihn da mal fragen was es soll hier danke ich jedenfalls dass ihr eingeschaltet habt und dann bis zum nächsten Mal bei Fallout 4 und dann bis zum nächsten Mal bei Video